Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de. Ich habe heute ein Verbandsmodell, was Sie nicht auf der Homepage von Keunur finden werden, von Keunur, und zwar das Modell Creole. Ist eine Abwandlung von dem bekannten Modell Monro, also die gleiche Funktionalität, eine andere Form, in einem ganz interessanten Stoffbezug, und zwar der heißt Bison, ist in Lederoptik oben und hier ist ein Filz in Rot. An der Seite, das ist ein Verbandsmuster. Nun, was kann die Gruppe? Sie können hier erstmal zusammenfahren, auseinanderfahren, wie beim Monro, das ist schon mal gut, wenn man zum Beispiel mehr Platz haben will und nicht so aufeinandersitzen. Sie können den Rücken nach hinten machen, jetzt kann ich chillen, den oberen Rücken kann ich dann individuell einstellen, per Rasterbeschlag, Hosenladen zu, und Sie können was noch, Armlehne ist fest, aber schön weich gepolstert, Sie können das Ding drehen und wieder feststellen. So kann ich jetzt zum Beispiel mich wunderbar unterhalten. Ja, hier ist ein Knopf zum Feststellen. Also jeder kann individuell sitzen, wie er will. Und das Gute, hier haben Sie ein wunderbares Longchair dabei, wo man ganz toll chillen kann. Hier ist der Knopf, zack, kann ich auch das Ding, jetzt habe ich hier zu wenig Platz, kann ich auch drehen, aber ich kann es doch drehen, indem ich mich etwas hier wegschiebe und dann drehen, schieben, feststellen, alles machbar. Ein tolles Stück, ich kann hier zum Beispiel jetzt auch noch weiter nach hinten und dann stufenweise nach vorne. Der obere Rücken kann ich auch einstellen, also jeder wie er mag. Das ist das Tolle an meinem Rücken, respektive auch an diesem Sondermodell. So eine Röse ist gemacht, wo die Weitensicht, aber die Form ist sehr gefällig, doch doch. Die Sachsache, Basis ist Nussbaum, hier hat es einen leichten Kratzer, okay. Das Stück hat einen Nachteil, es ist regulär sicher schweineteuer, weil die ganzen Techniken von Novo, die kosten richtig Geld. Ich habe jetzt das Musterstück bekommen zum absoluten Schnäppchenpreis von 2.990 Euro plus Versandkosten. Die Sache wird zerlegt in 1, 2, 3, 4, 5 Teile und muss dann wieder montiert werden. Aber das ist eigentlich kein Problem. Profischnapp.de, ihr Online-Outlet für Markenzofa, sagt Danke. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal unten und bleiben Sie uns gewogen. Und ich freue mich, wenn Sie mal zu mir nach Impfingen kommen. Freitag, Samstag, Showtime. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von Profischnapp.de